weil die zwei beiden drei ich hoffe hier drin gibt es auch was dass ich mich nicht irre ich bin ich mir nicht mehr ganz so sicher und das ist das Leben von 9 das der Kack ja ich glaube ich glaube ich werde das Level auch gleich wieder verlassen aus dem einfachen Grund ich glaube hier sind könnte ich mich jahrelang absuchen jahrelang ohne etwas zu finden das hier habe ich gemacht jetzt komme ich nicht mehr weg oder was ähm ja habe ich mich mit der Raub wieder hochkämpft ja habe ich nein wach wieder auf danke einfach bloß hier weg reicht auch schon ja es reicht auch schon danke 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 Moment bin ich jetzt eigentlich stark genug um das zu zerstören ja bin ich auch gut ah nee wieder so eine Aktion hier es klingt irgendwie komisch die Musik erstmal hier unten lang zu sehen was mich erwartet meine da ist die rote Truhe ist sehr gut dann hoffe ich jetzt einfach mal ich hoffe wirklich dass sich da oben irgendwo auf dieser langen langen Strecke der Schlüssel befindet Fahr los ja drunter durch ja ja geht alles noch was ist das wow das war wow Instinct wechseln ja lange kann es nicht mehr dauern diese Fahrt ja toll wo ist der Schlüssel ja schön schön schönes Spiel schönes Spiel ja toll ja dann schön toll ich hatte schon meine Freude okay Schlüssel gefunden lala ja kannst du knicken dieses Spiel ist nicht fair es ist nicht fair geh weg da war der schwarze Schlüssel dann da drüben ist auch nichts mehr au leck mich komm mal her was weiß man noch was hier oben gibt ich weiß es nicht da hoch komm ich nicht schade sehr schade ähm wie kann ich das da oben vielleicht auslöschen wie 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 aber ich will nochmal hier hoch und zwar mit der Sprungfeder komm boin na vielleicht kann ich ja nicht zur gleichen Zeit brennen und Moment Moment vielleicht mit der Unverwundbarkeitszeit hallo na verdammt das geht nicht es geht nicht es geht nicht okay dann habe ich keine Ahnung wohin ich noch gehen könnte eigentlich so ja schwarzer Schlüssel ich weiß ich brauche irgendwas womit ich nicht brennen kann ja das war auch gut ja Moment nee bereits brennend komm ich dann nicht hoch ne 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 wie soll denn das funktionieren bitte hä hier war das ne ja ne da bin ich wirklich definitiv überfragt ha ja gut der verbrannt nicht und er löscht auch nicht das Feuer dumm okay Leute ich habe Moment keine Ahnung schön 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 aber ja ne ich sag nicht dass ich alle Schätze Schätze holen werde aber es wäre schon cool mal sehen aber erstmal jedes verkackte Level wir fangen bei zwei Jahren so und was was ähm ja der genau der Stein der Stein der Stein der Stein muss ich überall hin mitnehmen ich erinnere mich nicht aber ich muss das sein sein ist nicht umsonst da geh weg da ist er mein kleiner Lieblingsstein so und wir passen ja wir passen auf ja hier zwischen die hier kann ich um zwar nicht mehr zu mir die dieser Stein immer wieder da sind ja noch Kacke noch und noch mehr Kacke wo sind die Bären wenn die Bären da sind da ist ein Problem Prozent das gibt es aber nicht wenn ich den Stein mit voller Wucht dagegen schmeiße ja dann geht die Wand kaputt aber wenn der Stein nur ein kleines bisschen die Wand berührt ja dann geht der Stein kaputt natürlich aber ich muss das Verständnis dafür neben von hier aus für zufrieden und nein nicht wie der Vögel Münzer will ich mitnehmen nein und jeder Schlüssel er dann ist vermutlich die rote Truhe am Anfang des Levels und ich muss den Stein bis dahin mitnehmen das klingt ja spannend kann ich euch eliminieren alle auf meinem Weg wohl kaum wohl kaum aber ich muss es versuchen aber wenn die da sind dann habe ich keine Ahnung wie ich den Stein sicher ans Ziel bringen soll wirklich null geh weg Stein komm her wir versuchen es aber ich mit dem Stein anfange zu reden so und wie nenne ich jetzt den Stein Rockies so ja muss muss niemand verstehen wirklich ja ich komme zumindest durch und da oben ist b nicht die rote Truhe aber warum ist da nicht die rote Truhe entweder mache ich jetzt gerade übelste Kacke oh ich glaube dass das weiß ich wie es funktioniert aus Super war er zu ja was super was war die Lens 4 ne weiß ich doch nicht doch genau kann mich hier rollen lassen ja was anderes bleibt ja auch gar nicht warum hat es jetzt nicht funktioniert war ich zu langsam auf jeden Fall ist da die rote Truhe ich hab sie gesehen ähm muss doch es muss doch so gehen oder nicht also es ist das Einzige was mir jetzt logisch erscheint ne es geht nicht hä das das äh kapiere ich jetzt nicht aha 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 okay 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 wusste ich nicht dass es jetzt so unfair wird zack tot nicht tot aber gut und äh jetzt rollen vielleicht nein ich gut scheiß auf die Münze okay ich war einfach zu wenig groß als äh als Lawine oder als Schneeball so okay verstehe ich doch na ein Tee Krug wow das brauchen wir unbedingt das ist bestimmt auch ne Menge wert okay dann hier ach so ja dieses Kacklevel ah die Eulen sind jetzt da hallo Eulen was tust du jetzt für uns aha aha geil oh geil oh das mag ich gut das ist wahrscheinlich alles hier hier ist die Bombe schön nein ich hätte vermutlich von oben müssen äh ja nein nein bitte noch einmal bitte noch mal starten das Level äh ja so nein nein ganz bestimmt nicht das ist nicht akzeptabel außer ich komme hier irgendwo ne aber mir kommen hier ne Menge Ideen gerade wo ich das so sehe irgendwie aber wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke dann klappen die Ideen nicht verdammt so Eule komm her Eule hallo liebe Eule ganz liebe Eule hier nach oben nein auch das funktioniert nicht verdammt wie kriege ich die Bombe weg nein ich dachte ich könnte den Stein da kaputtieren und machen haupt die kann ich jetzt zerstören verstehe 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 ja Hauptsache ich finde irgendetwas dann bin ich schon zufrieden die Kommissar und sagt heute im Raum wie ich setze erstmal das rausfinden ähm ja gar nichts muss bestimmt von von ähm von weiter unten ja bestimmt ja ist in Ordnung du nervst dich überhaupt nicht nein nein was ist das für eine blaue Masse eigentlich die sie hat mich voll nein weg mich man jetzt hätte ich den roten Schlüssel gefunden und was bringt es mir gar nichts und dann diese Steine bringen mir auch alle gar nichts gar nichts wer auch nicht wie komm ich da bitte hin ja und das auch und einfach überall ich bin wieder am Anfang des Levels schön sehr schön ja komm her ich will nochmal mit dir fliegen du bist cool da wie ich da hin kommen soll habe ich keine Ahnung dann hier rein vielleicht hier hätte ich vermutlich ohne Eule reingemusst oh ja ja ich verstehe mit der Eule kann ja auch so genau fliegen Scheiß auf die Münze na nein 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 ah die Eule ist wieder da ok ja gut dann hallo dann kann ich mir auch die Münze holen ich dachte dass das muss man jetzt mit der einen Eule einfach so genau machen aber dann ist ja in Ordnung ich stelle mich gerade besser an oder nicht was ich dachte gut was ist hier grün nichts überstürzen nichts überstürzen was zum Ficken die Sonne ah ok ah ok ich verstehe ich komme zum nein 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 oh mein Gott das sieht aus hier gut einfach mal nicht nein nicht anzünden lassen würde ich sagen aber Alter da werde ich auch bestimmt eine Menge Spaß haben ich habe nur noch eine Minute ja finde ich gut dann gibt es nicht mehr viele Versuche hier ja nein zünd mich an zünd mich an dumme Sonne hier komm ja danke danke geht doch mein Schlüssel das das der falsche merkt ihr was ja am Anfang war das noch schön übersichtlich aber jetzt nö verdammt wo kriege ich jetzt einen Gegner her Gegner 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 Oh hier äh das wird auch so wenn ich dann brenne Scheiße naja was will man machen Sonne wo bist du na hin na ja aber Moment Leute ich muss wieder mal ein Part pünktlich beenden weil das letzte Mal wieder ganz schön was sagt zu diesem Thema äh ja gut wir sagen wir sehen uns das nächste Mal bis dahin macht's gut und tue wow 999 Münzen geil